Kein Scheiß, hättest du gehabt. Ja guck mal, jetzt brauche ich aber eigentlich mal ein bisschen Damage. Ja, das ist richtig. Du warst halt jetzt, bist halt kinderisch der Zauberer mehr, ne? Ja, das macht nichts. Ich will auch mal angreifen. Bisschen eine Mischung zwischen beiden, irgendwie so. Jetzt bin ich halt Ninja-Meister. Ja, ha. Bisschen kämpferisch und ein bisschen zauberer hast du halt jetzt. Aber Mary sieht jetzt voll cool aus auf ihrem Bild mit dem Fuchs, aber den sieht man ja leider nicht. Was ist denn so ein Fuchs? Bist du blind auf die Augen, warte, ich zeig's dir gleich nochmal. Lass uns erstmal hier den komischen Tibi blatt machen. Genau, machen wir einen Dropkick. So. Na? Ach, Entschuldigung. Na? So, warte, ja. Wenn's jetzt gleich irgendwie raschelt, das ist meine Katze, die sich am Mikrofon schabt. Siehst du? Ich finde, der sieht voll cool aus. Ja. Sieht auch super aus. Und wie hört sich Katzen hinteren an? Wieso gehen wir eigentlich hier lang? Ich weiß es nicht, ich geh irgendwo lang. Eigentlich sollten wir links lang gehen. Ich dachte, du weißt, wo's lang geht. Ja, links. Nee, Frau Settl, nee, nee, nee. Beginn zur Safe-Stadion. Die ist jetzt gleich am Decke. Gleich hoch. Gleich hier, Action. Ja, dann los. Geh doch mal. Du darfst nicht gegen die Steine laufen, da geht's nicht weiter. Ja. Hier müssen wir doch links, Mensch. Achso. Ah, okay. Okay, okay. Erst noch mal. Wenn der PX ein endgültiges Ding weggespeichert kriegt. Das hat, der hat's nicht weggespeichert. Ach stimmt, ja. Das ist noch irgendwie, sehe ich es gerade. Ja, geht's nicht noch links. Okay, dann jetzt runter links irgendwie. Nee. Oder geht's rechts? Geht's noch rechts? Nee. Dann geh mal rechts. Huh? Ah. Achso, du hast die Karte spiegelverkehrt vor dir liegen. Ja, genau. Scheint so. Unten links, ach nein, oben rechts. Verkehrt rum. Oben oder links, rechts? Ja, ich geh jetzt mal nach oben. Ja, so ist richtig. Sagst du. Ja, da müsste jetzt leider Drache kommen. Okay. Gleich geht's noch rechts. Jetzt haben wir ja ein Part total wieder mal verschwendet. Aber ist egal. Ja, das war jetzt wichtig, die Klassen. Auf jeden Fall, die Klassen. Das machst du ja auch bloß dreimal im Spiel. Ne, zweimal im Spiel bloß. Da kann man schon mal drauf eingehen. Das war die Klassenwechselfolge. Oh, das hat sich gelohnt gegen den Tybi, glaube ich. Jetzt sind wir in der Klasse 3a. Das dran, wir hatten jetzt einen Feenritter. Das bist du. Intelligentfrau. Intelligenz 17, genau. Dann müsste es jetzt 1, ja. Jetzt hast du 9, 2, dann theoretisch. Oh, man, ich will auch mal. Ich brauch Geist, ne? Hat ich gesagt. Ja. Ich brauch der Agi. Obwohl ich eigentlich genug hatte. Ich brauch der Agi. Ich brauch der Agi. Kriegermensch. Ich schau mir noch gerade auf. Mr. Kruger. Ja. Geist 14 brauche ich, ja. Geist 15 hab ich. Ne, wenn du jetzt ein Level abmachst. Wir haben noch gerade festgestellt, wir wollen erst mal ein Level abmachen und dann gucken, ob es geht. Ja. Okay. Okay. Wenn ich jetzt mal in die Gänze. Ich hab immer noch 4 Zauber. Was? Verarsch nicht. Immer noch 4 Zauber. Ach, Kabel verarscht uns. Daran liegt's. Nein, das stimmt da, dort. Ich hatte aber auch. Mir fehlt auch einer. Dann mach ich nächstes Mal in die Gänze fertig. Vielleicht haben die das genau falsch rumgedreht. Ja, wahrscheinlich hätte ich geistlos. Ja, und ich in die Gänze. Egal. X das Mal. Ja, das letzte Mal machen wir. Das sind ja nicht das letzte Mal. Man zahlt auch hin von der Werder her. Da hatte ich ja 13 bei dem anderen. Ja. Ja, jetzt guck mal, wir hatten vor uns schon ein Level, haben jetzt wieder ein Level. Es geht eigentlich relativ schnell. Ja, außer für mich. Ja, du müsstest als nächstes jetzt. Krieg ich auch gleich. Ja, du hast außerdem alles. Bei dir kommt eh nichts Neues dazu. Boah, fett move. Ich hab einen anderen Special aber besser, weil der auf alle Gegner geht. Ja, bei meiner geht er immer noch auf einen. Aber das ist gut beim Endpost dann. Ja, beim Endpost ist gut, aber bei denen. Ja, das wäre cool, wenn er dann euer Meri-Skill beim Endpost dreimal auf den gleichen springen würde. Ha, 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 ha. Garantiert. So, wäre voll gut. Ja, nee, passiert nicht. Sprenger. Sprenger. Doinkie, doinkie. Super Special. Und sich bei mir dann gegenüber. Habe ich dem gerade zweimal eins abgezogen? Was geht denn hier? Schon wohl wenig Skil hier. Ja, ihr auch. Ja. Nee, wir... Und zaubert. Bam, 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 bam. Das ist der Move, wie der Ninja macht immer, wo wir immer platt sind. Echt? Ja, hast du mal nicht drauf geachtet? Der Ninja macht auch immer so einen Move, kommt runter und dann macht uns platt. Okay. Das machst du als Special jetzt, ne? Ja, weil ich vielleicht ein Ninja-Meister bin. Zack, zack, zack. Oh, Alter, leck mich hart am Arsch. Das ist jetzt schon der Boss, oder? Nee, nee. Ein Wicker scheint. Extra. Heil mich bitte. Das macht Kilbel nicht. Mach ein Schleim-Anfang, mach ein Schleim-Anfang. Kannst du nicht vergessen, Kilbel heilt niemanden von allein. Nee. Weil Kilbel guckt nicht auf die Stats. Kilbel, der rennt einfach. Der will töten. Juh, der tötet einfach. Weil Kilbel ist nämlich ja der Willkill. Ja, du tötest uns. Naja. Kilbel ist kein guter Anführer. Ihm fehlt die Demut. Kilbel. Ich bin ein Krieger-Mensch, ich sage dir. Und ich bin ja der Neister-Minja. Äh, Meister-Ninja. Meister-Ninja. Ein Neister-Minja. Ein Neister-Minja. Ein Neister-Ninja. Nein, ich wollte doch den anderen- Ein Mega-Mim-Mem-Mama. Eine Mega-Mimose. Und guck mal, wie er da oben, wie er da übelst kämpft, ey. Guck mir an, ja? Ja, weil da oben der Kunde ist ja. Komm. Das ist jetzt in deinem Pogo-Push. Ich verobachte dich die ganze Zeit, was du hier machst, ey. Naja, ich kölfe lieber mal selber, ne? Mach lieber mal selber Platte, ja. Kein Ding. Hier, siehste, der Move das 1A abkopiert. Was, noch 30 Schaden? Ne, okay, ich wollte gerade sagen. Dankeschön. Tja, so ist es. Jetzt nehm ich, wenn man Cryo-Haut. Oh yeah. Ich bin nämlich vergiftigen. Tjum tjum. Füttere, die sind erstmal reingesnackt, Juma. Gesnackt. Jetzt wir auch so die Gegner wieder durch die Gegend. Du musst das voll aufladen lassen, sonst kommt das nicht geil. Jetzt hast du es. Ich mache mir jetzt Stärke hoch. Das ist ein Bums. Ja, du hast eh nichts Neues von dir. Das Schuriken mehr lernt. Du kannst jetzt auf einen oder auf alle Gegner Schuriken machen. Genau. Der hat sich jetzt verbessert. Echt? Ja. Nice. Warte, pass auf. Die sind alle ein Gegner und die sind jetzt ein und alle. Vorher war da nur einer. Okay. Bisschen Ninja Meister, ne? Ninja Meister kann zwei Schuriken werfen oder fünf. Oder zehn oder zwanzig. Oder eine Million. Ja. Oh, jetzt war ich. So, wir warten mal eine halbe Stunde. Ich habe jetzt gerade den Kill Bill gemacht. Ist klar. Wumms. Schrums. Schrumm. Lecker, 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 gucker. Knicker, knicker. Geht tot, geht down. Geht down, du Pussy Kröte. Du Pussy. Du Pussy Kröte. Ja, was ist denn hier los, Mensch? Ja, weil du doch nicht mitmachst. Ja, also. Stellt sich da in die Ecke. Den einschlauch. Ich wollte nach links. Ich wollte nach rechts. Ich wollte nach rechts. Ich wollte nach rechts. Wolltest du hier nach rechts? Was ist da? Ne, das ist Akasein. Sackas. Achso. Das ist klar. Das kann ich natürlich nicht mehr aufvollziehen. Ja. Ja gut, das ist gut. Jetzt können wir ja levelen. Jetzt kriegen wir wieder Plus. Ja. Das soll ich denn. Endlich, endlich. Knick, 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 knick. Ich muss das auskosten, dass ich hier mehrere Gegner gleichzeitig angreifen kann. Finde ich geil, ne? Finde ich geil. Geil. Wenn jetzt noch dabei die Zeit nicht so lange anhalten wird, dann fände ich geil. Ja, richtig geil. Premium. Sonst ist es nur geil. Aber jetzt, dann richte ich geil. Oh ja. Auf Wiedersehen, Baby. Oh, hier hat es Doppelkebel. Ja, klar. Das ist der Kick der 1000 Moves. Okay. Kick der 1000 Moves. Geil, ey. Das war ein Deutsch-Wahnsinn. Das ist eins, Alter, der Ninja-Kick. Oh, ne. Level 50 Dämon. Ja. Oh, fuck ey. In der anderen haben sie mal zwei und vier. Oh, jetzt hat sie es verwandelt. Noppenzunge. Rrrr. Klingt irgendwie komisch. Oh, man. Zumal es jetzt keine Noppenzunge mehr ist. Klingt komisch ist aber so. Ja, aber der hat bestimmt ganz viel Reiber-Käse. Oh, meine Kiste. Ich bin ja begeistert. Schöne. Siehst, wir kriegen keine anderen. Fokal-Fokolade. Achtung. Es gibt nur die drei anscheinend. Ne, ne, es gibt mehr. Doch, doch. Man kriegt auch mehr. Aber wir kriegen die nicht. Oh, Mann ey. Man muss ja mehr kämpfen. Guck mal, wir haben jetzt ein paar Gegner bloß killt. Normalerweise muss die Harte kämpfen. Normalerweise müssen die echt hoppen. Aber das Level jetzt auch reicht. Achtung, Level 50 Sirene und ein Chaos-Ritter. Es kann auch sein, dass... Vergiss nicht, die Chaos-Ritter sind die, die uns einmal platt machen können mit einem Move. Oh, Mann. Es kann ja sein, dass wir jetzt alle drei die Level haben, deswegen kriegen wir die Items noch aus. Oh, Kibbel muss ich... Ja, Kibbel, nein, nein. Ja, mach so von mir aus, okay. Ach, alle kann ich jetzt auch? Ja, scheinbar. Das hat sich auch was geändert, wenn ich... Hast du das nicht gelesen? Ne. Ich auch nicht. Das ist ja mal nice. So haben wir eine gute Chance beim Entwurs. Kann ich wahrscheinlich alle sprechen auch. Geil. Kannst du gleich mal gucken, wa? Ich will das mal special. Sieht voll geil aus mit Double-Kibbel. Und klein nochmal... Ich hab mich voll weggesprankt. Ey, ich hau ständig vorbei. Voll geil. Ja, ich auch. Mein Special-Ging ist auch vorbei. Bestimmt, wenn der Gegner schon down war. Ja. Ich probier mal, ob ich jetzt auf alle zaubern kann. Einer, einer, einer alle. Na doch, einer alle. Das war alle. Ein Ging. Ach, das kann ich so. Tempo ist super. Naja, doch. Dann können die... Wahrscheinlich können die dann noch nicht so gut ausweichen, wenn die langsamer sind, weißt du? Ja, genau. Normalerweise hat sie auch so einen Zauber. Aber komisch, den hat sie halt bei aktiviert. Da ausweich ich schon was runter. Ist dann schon, ist der Poco-Poschel geworden. Und dann mach ich ja meinen coolen Ultra-Move, ne? Ja, weil du Ultra bist. Dann fliegt er nach hinten, wird zu einem Schleimball. So ist nämlich der Plan. Okay, wir machen die Schattenboxen. Ich mach Schattenboxen. Ja, ich bin der Sieg. Wir sind ganz schön weit. Wir sind ganz nah dran. Wir sind schon die kleinen Baumstelle. Wartet, wartet, wartet. Ich muss mich auf... Au! Ich muss mich hier erstmal preparen. Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon so was kommt, ne? Ich fühle dich gefickt. Also, ähm, ja. Fangen wir mal an. Wir haben mit vorlesen hier. Ho, ho, ho. So ein Pech. Die Malergöttin ist tot. Hast du gehört, die ist tot, Junge? Du musst was sagen. Wie konntest du? Schmerzhaft, nicht wahr? Der Malerbaum. Der einzige Sinn eures Lebens ist weg. Die Tage der Götten sind gezählt. Oh, ja. Das ist so toll. Oh, yeah. Ja, oh, yeah. Es wird Zeit, dass die Dämonen ihren rechtmäßigen Platz einnehmen. Nämlich ganz oben auf dem Olymp, da wo normalerweise die Götter hausen. Hast du jetzt die Stimme wieder drin? Ich habe die Stimme drin, denn ich bin ein Dämon. Gut. Das kann ich nicht zulassen. Bam, auf die Fresse. Face Punch. Ja. Vieh. Ho, ho, ho. Einfältige kleine Vieh. Null. Ich schätze, sie hat nichts zu verlieren. Bald wird diese Welt mit der Unterwelt verschmelzen. Hier war übrigens gerade ein klitzekleiner Fehler. Da war nämlich Doppelname gezeigt. Okay. Da war zweimal Name entstanden. Ah, okay. Okay. Hier gibt es keinen Platz mehr für euch. Zeit, diesen Körper loszuwerden. Seht, wie ich mich schäle. Ja, zieh dich aus. What the fuck? Verhandlung zum Erzdemon. Fuck, 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 fuck. Oh, 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 warte. Der muss noch fieser kommen, oder? Ja. Ja, der muss noch viel fieser. Der muss episch fies sein. Genau. Und zwar so richtig fies. Warten wir ab. So, was ist der? Oh Gott, das ist dir zu tief. Staunt über den neuen Herrscher der Unterwelt, Oberwelt und Heiligen Länder. Oh Gott, ich muss nicht mehr was aufzuhören, wenn ich mir das verstehe, kein Mensch. Was passt das überhaupt deutschmäßig? Staunt über den neuen Herrscher der Unterwelt, Oberwelt und Heiligen Länder? Gibt es so viele Heilige Länder? Da weiß man nicht. Gibt es nur ein Heiliges Land, oder? Ja, keine Ahnung. Und dem Heiligen Land. Also da muss er special nochmal überlegen. Also, ob das jetzt passt, bin ich mir gar nicht so sicher. Punkt. Weiter geht's. Okay. Ich weiß nicht, wie ich hier den Typ machen soll. Oh Gott, jetzt klinge ich wie so ein kleines Mädchen. Ja, mach's halt. Ja, okay, lassen wir einfach diese Stimme drin, das ist schon okay. Werdet Zeuge meiner unaufhaltsamen Macht. Zeugen. Zeugen meiner Macht, Mama. Genau. Booyakasha. Ha, 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 ha. So, Vater kann nicht, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ich sehe aus wie ein hässlicher Käfer, aber ich mache euch trotzdem tot. Ha, ha. Du bist wie eine Frau. Nein, das ist wie Sephiroth. Haben wir gespeichert vorher? Nein, es gab keinen Speicherstand, du Narr. Wer, wer, wer wagt es hier vorher nicht zu speichern? Selbst wenn der Mana-Baum verweckt und Mana verschwindet, wir geben niemals auf. Wir geben niemals auf. Sag mal, fehlt hier eine Klammer? Irgendwie geht Klammer auf. Vielleicht geht's noch weiter mit dem Text. Weiß ich nicht. Doch, es geht weiter. Wenn ich fort bin, werden Pic und die anderen eine neue Welt erschaffen. Selbst ohne Mana. Ihr fehlt eindeutig das Klammer. Pic, Kilby und Mary, kämpft für die Zukunft. Mana wird in euren Herzen weiterleben. Ah, jetzt kommt es endlich. Ja, ich miss die Kamera. Ah, ja, ja, jetzt kommen wir uns ja spät. Ja, da war ja der ganze Text. Jetzt, sie hat uns wieder belebt, sie ist einfach göttlich. Oh Gott. Sie sind Ultramä ist nicht stark. Ein aussichtsloser Versuch. Ohne das Mana-Schwert könnt ihr mich nicht besiegen. Das Schwert ist verloren. Es ist aus. Das Mana-Schwert ist nicht verloren. Seht nur, es ist den Pic und den anderen. Was? Solange es sie gibt, wird das Mana-Schwert ihre Hoffnung niemals verloren gehen. Was erzählst du da? Hoffnung. Ein schönes Gefühl, das euch unmöglich retten kann. Aber genug der Worte. Möge das Blutbad beginnen. Drei leere Körper und trotzdem geht's voran. Drei leere Körper.